Da war mal einer, den brauche ich euch ja nicht mehr vorzustellen, der hatte eine komische Idee. Der wollte nämlich mal ausprobieren, wie das ist, wenn er... Ach, am besten ist, ihr schaut ihm einfach zu. Mit der kleinen Schere, das würde Jahre dauern, mein Lieber. Damit willst du eine Grube ausheben? Na, ihr seht schon, was ich gemeint habe. Er will ausprobieren, wie das ist, wenn man mit dem falschen Werkzeug arbeitet. Ist doch nett von ihm, dass er uns mal zeigt, was alles nicht geht, oder? Ah, jetzt will er uns zeigen, wie es richtig geht. Bravo. Aber ich habe ihn zu früh gelobt, er macht wieder alles falsch. Aber auch hierbei kann man was lernen. Hey, das geht doch nicht. Nun haben wir aber genug gesehen. Jetzt zeig uns wenigstens, wie es richtig geht, ja? Was ist richtig, was das stimmt. Wisstensche Year, Kirsch Juni? Also, dass sie gut in diesem Lektion schon mal weissentlich ist, das ist ja schon thema получriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.